programmieren mit dem scratch offline editor das ist das thema dieses videos ich habe einen vorgehenden video schon den online editor vorgestellt und den findest du hier im internet unter dieser adresse wenn hier auf entwickeln gehst dann öffnet sich dann falls du flash aktiviert hast wie das geht habe ich in der vorgehenden video schon gezeigt öffnet sich hier dieses programm fenster und du kannst schon anfangen zu programmieren der große unterschied zum offline edit ist der dass man auch ohne internet programmieren kann und dafür muss man natürlich dieses programm erst herunterladen vor zeige ich dir noch schnell diesen offline editor das hier ziemlich ähnlich ziemlich gleich wie der online editor ein unterschied ist mir aufgefallen wenn ich hier rechts auf diese hilfsmöglichkeiten klicke man sieht man hier diese startmöglichkeiten das heißt diese geführten anleitungen dann zum beispiel getting started scratch wird dann schritt für schritt einem ja gezeigt wie man da die ersten programme dann ganz locker zustande bringt dass das in englischer sprache ist und welchen online editor nachschau ist das alles in deutscher sprache aber jetzt wo kann ich herunterladen ich gehe hier zu dieser scratch seite hier ist die adresse gehe ganz nach unten und habe dann hier offline editor und da wird man schon hier entsprechend das eingeblendet kriege ein paar informationen ich muss mit die erste top er installieren kann ich kostenlos machen es gibt es hier vom mac us bis hin über windows zu linux für ich hier zum beispiel zur windows seite gehe macht das mal einen neuen tab gehe ich hierher und kann das dann herunterladen und installieren das ist die voraussetzung dafür dass das dann läuft so wie es auch bei anderen programmen notwendig ist dass man java installiert in dem fall hier adobe air und dann kann man sich den offline editor herunterladen dann klicke ich hier drauf und es wird dann schon angezeigt dass ich hier das programm dann herunterladen kann ja und dann installiere ich das und habe dann hier diesen editor und kann dann mit den gleichen programmen mit dem wenn ich auch dann im online editor gearbeitet habe dann weiterarbeiten das heißt ich gehe dann daher gehe auf speichern unter kann dann mein programme im punkt sp2 format dann speichern und auch weiterarbeiten vielleicht eine alternative für diejenigen die nicht gerne ständig online sein wollen und mit scratch weiterarbeiten wollen gut soweit viel spaß bis zum nächsten video ein